Das Menschen ermordet. In dem Heil steckt. Das war eine Pflicht. Das ist Beth Deer von Beli. Guten Morgen, everybody! Alright, wir sind da, es geht los. 24 Stunden Challenge. Der ganze Nacht in einem Spukhaus. Das ist Spielregel Nummer 1. Kein Internet, solange wir hier sind. Und die zweite ist, wir achten diesen Ort. Was war das? Scheiße, ich hab mich verlaufen. Hallo? Oh mein Gott. Ich hab die Frau da drin gesehen. 1906. Geh einfach hier raus! Ich will hier nur noch weg. Sie stehen hinter mir. Das ist ja kein Film mehr. Das ist die Just-Klarität.